Als Peter von seiner Reise zurückgekehrt ist, von den Frauen, hat er sein blaues Wunder erlebt. Gas jetzt zum Strom, zahlst du vor Ort gehen bis da, du gibst einmal mehr Gas und ja, dann kannst du das nicht zahlen, das nicht zahlen, selber schuld halt. Außerdem passiert es, dass der Orsulitsch auf den Nissel trifft und sich an seine Frau ranmacht. Was? Ah, nix. Nix. Germany. Ja. Und weil eine Frau natürlich nicht so gut ist wie zwei Frauen, probiert der Robert Nissel natürlich auch weiterhin neue Frauen aus und er hat natürlich die Energie dabei. Gib dir jetzt übertaglichte Energie, von oben aus der spirituellen Welt. Noch einmal. Und noch einmal, lass dich fallen, ganz entspannen, relaxen und... Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das Geschäft mit der Liebe von ATV. Der Link zur kompletten Folge ist wie immer in der Videobeschreibung. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Und wir steigen jetzt genau da ein, wo der Peter, nachdem er nach seiner durchzechten Nacht aufgewacht ist, sich nochmal bei seinem Date von letzter Nacht entschuldigen möchte. Denn er hat eine sehr unsittliche Handbewegung gemacht. Hi. Hallo. How are you? Fine. Fine? Ja. Destroyed. Good. Very long night. Das macht natürlich auch einen unfassbar guten Eindruck, wenn man zu dieser Entschuldigung geht, während man wahrscheinlich noch 3,5 Promille hat. Restalkohol. For yesterday, I'm so sorry. Und diese Entschuldigung ging wirklich ins Herz. Da bin ich ja ganz kurz, ganz weich geworden. Ich hab noch nie eine so ehrliche Entschuldigung gehört. Peter, komm in meine Arme. Und das ist natürlich der normale Weg. Erstmal ist man ein richtiger Arschloch, dann kommt man betrunken zur Entschuldigung. Dann kann man sich noch nicht mal richtig entschuldigen. Man kann auch nicht vernünftig miteinander reden, aber man lädt die Frau dann nach Wien ein und so richtig Lust hat sie nicht. Es war nicht sehr nett, was er gemacht hat, aber ich kann auch verzeihen. Jeden kann mal ein Ausrutscher passieren. Hoffnung liebt sich lädt, aber schauen wir mal. Ich würde es gerne nach Wien einladen, aber ich weiß nicht. Schauen wir mal. Ja, und das war es dann auch mit den beiden. Und ich sag euch mal so, wie es ist. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass Peter diese Frau gesehen hat. Aber vielleicht irre ich mich da ja auch. Nichtsdestotrotz hat der Peter ja auch noch andere Termine mit anderen Frauen. Und auf dem Weg dorthin geht er kurz in einen Kiosk, weil er was zu trinken haben will. Und sein Englisch ist einfach grandios. Und auch seine ganze Art, einfach dieses super, ist es so. Es ist ein bisschen unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Als er dann bei den anderen Frauen angekommen ist, da kam er natürlich viel zu spät. Da hatte er wieder so ein Doppeldate mit dem Orzolitsch zusammen. Und das lief natürlich auch wieder absolut großartig. Oh, sorry, I'm so very stupid. Denn auch hier geht es im Grunde wieder nur darum, dass er die letzte Nacht komplett abgestürzt ist. Und das ist richtig attraktiv für eine Frau, die du gerade neu kennenlernst. Aber die verstehen das eh nicht, weil die können die Sprache eh nicht. Die können eh nicht miteinander kommunizieren. Ich weiß auch gar nicht, was die da so hundertprozentig genau machen. Das ist doch alles kompletter Humbug. Aber Leute, ich sage euch ehrlich, wir haben jetzt die 11.000 Abonnenten erreicht. Vielen lieben Dank dafür. Aber wenn ihr mich richtig destroyen wollt, so wie dem Peter, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, weiter zu abonnieren. Denn die Zahl wird langsam richtig groß. Da wird mir ein bisschen schwindelig. Also ich würde mich sehr über ein Abonnement freuen und natürlich auch über einen Kommentar und einen Daumen nach oben. Und jetzt kommt der Orzolitsch. Der hat bestimmt sinnvollere Dinge zu sagen. Sie sind recht fähig, ja. War nichts für dich, ja. Aber sprechen wir da, Katätsch? Das ist das Problem. Also man muss ja wirklich sagen, der Orzolitsch ist schon auch ein bisschen komisch und ein bisschen speziell. Aber man muss ihn trotzdem lassen. Er sieht die Realität noch und das ist schon fast ein bisschen sympathisch bei all den komischen Männern. Ich suche seriöse Männer. Die schauen mir etwas zu unbekümmert und unseriös aus. Und da hat die Frau, sage ich mal, den Nagel auf den Kopf getroffen. Deswegen wurde das mit diesem Date auch nichts und die Männer sind dann zur Frustbewältigung boxen gegangen. Da auch Katja und Lara keinen großen Gefallen an den Österreichern finden, wurde das Treffen nach wenigen Minuten abgebrochen. Und die haben so ein bisschen Sparing gemacht. Der Orzolitsch hat den Peter so ein bisschen trainiert. Und er hat ihm die ganze Zeit gesagt, dass er die Hände oben lassen soll, ne, für die Deckung. Und er hat es die ganze Zeit nicht gemacht. Und da hat sich der Peter dann eine gefangen. Ich glaube, das war auch ein bisschen die Wut vom Orzolitsch, weil der letzte nach das Date so kaputt gemacht hat. Von welcher Hand? Wissen Sie es? Von der rechten oder von der linken? Links, rechts, rechts. Das ist ganz leicht. Links, rechts, rechts, ja. Komm. Was ist denn nicht, Oma? Ah, die ist gesessen. Jetzt kann man sich darüber streiten. Ich meine, die haben halt miteinander geboxt, ne. Da kriegt man auch mal eine auf den Kopf. Wobei man als erfahrener Boxer einen komplett unerfahrenen wahrscheinlich ohne Gesichtsschutz und so nicht so stark auf den Kopf hauen sollte. Aber natürlich hatten wir alle Hoffnung, dass dieser Schlag auf den Kopf vielleicht irgendetwas bewirkt hätte. Aber ich glaube, beim Peter ist nicht mehr ganz so viel zu retten. Zu wenig benehmen hat er. Die ersten zwei Frauen, die sich kennengelernt haben, die waren wirklich spitze eins auch. War vielleicht sicher was gegangen. Leider, dass der junge Bub was saut. Hier hört man auf jeden Fall, der Orzolitsch ist schon ein bisschen nachtragend, weil er bei der allerersten Nacht mit den Frauen schon seinen Spaß hatte. Und diese unflädliche Handbewegung von Peter hat da halt einiges kaputt gemacht. Aber diese komplette Reise hat auch noch etwas anderes kaputt gemacht, und zwar das Bankkonto von Peter. Für ihn gibt es beim Geldausgabeautomaten keinen Euro mehr. Geht nicht. Rein, ich bin blöd, was ich gesagt habe. Aber damit ist dann die Reise auch vorbei, und die beiden sind wieder zurück nach Österreich gefahren. Und der Peter war dann auch direkt wieder als Security arbeiten, und als er nach Hause gekommen ist, gab es auf jeden Fall eine Überraschung. Langhammer hat seit Wochen keine Stromrechnung bezahlt. Nun steht er im Dunkeln. Und ich sag euch, wie es ist, mir ist das auch schon mal passiert, dass mir der Strom abgeschaltet worden ist, weil ich halt dumm war und die Überweisungen nicht richtig gemacht habe. Und das ist wirklich absolut eklig. Aber gut, der Peter ist halt der Peter, ne? Ich hab Miete von 300 Euro. Gas jetzt zum Strom, das heißt, fortgehen bis da. Du gibst einmal mehr Gas, und, ja. Dann kannst du das nicht zahlen, das nicht zahlen. Selber schult halt. Ich sag euch ganz ehrlich, auf der einen Seite ist der Peter natürlich schon so ein bisschen lustig und auch ein bisschen Fremdcharmmäßig. Auf der anderen Seite tut er mir aber auch ein bisschen leid, weil der ist dort noch sehr, sehr jung. Und ich hab auch das Gefühl, dass der einfach, ja, so ein bisschen Anerkennung möchte und die irgendwie nicht bekommen hat im Leben. Ja, und so ein bisschen tut mir das dann auch leid. Aber machen wir weiter mit dem Robert, der ist immer noch mit seiner 21-jährigen Frau unterwegs. Und natürlich hilft er ihr, wenn es ums Shopping geht. Und nicht nur mit der Kreditkarte. Natürlich habe ich einen Geschmack, der Bereitschlag, aber der Geschmack kommt aus dem Gefühl, nicht aus dem Denken. Ich denke nicht, ich fühle. Natürlich fühlt der das, ich weiß auch ganz genau, wo der das fühlt. Nicht im Kopf, sondern da, wo das Gehirn bei den Männern öfters sitzt. Aber weil dieses Gehirn auch ein bisschen Erinnerung braucht, macht er sich gleich noch ein paar Fotos. Warum fotografieren Sie die Damen jetzt? Damit ich, wenn ich schlafe, damit ich sie anschauen kann. Weil wenn ich schlafen gehe, wenn I'm sleeping, I will sing. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Robert dann in seinem Bett liegt. Und sein Gehirn wird dann auf jeden Fall Ohr sagen. Aber ich will auch nicht genauer darüber nachdenken. Aber was jetzt interessant ist, die beiden sind halt in irgendwie so einer Bar oder einem Café oder irgendwie sowas in der Richtung. Und in dieser Bar sitzt auch noch eine andere osteuropäische Frau. Und die wartet dort auf ihr Date. Im Lokal wartet auch die 42-jährige Monika auf eine Bekanntschaft aus Österreich. Vor mehr als einem halben Jahr hat sie den Boxtrainer Mario Orsolitsch bei einem Singletreffen kennengelernt. Nach einer gemeinsamen Nacht blieb der Kontakt auf wenige Mails in gebrochenem Englisch beschränkt. Und genau dorthin ist der Orsolitsch gerade unterwegs, um sich mit dieser Frau zu treffen. Na ja, 42 Jahre, zwei Kinder, geschieden, rechnerfäsche Frau. Das ist interessant für Sie, die näher kennenzulernen. Ich meine, es ist ein bisschen deutschleinert, ja. Also die ist 42, die hat zwei Kinder und die ist ganz fesch. Aber die spricht noch kein Deutsch, obwohl sie das ja eigentlich hätte lernen können. Denn die haben sich ja schon vor ein paar Monaten kennengelernt. Nur einen Dolmetscher um 200 Euro die Nacht hat er bestellt. Hallo Patrick, ich bin Servus. Wir müssen ein bisschen bemerkenswert sein. Wir haben ein Slovensino. Es ist auf jeden Fall auch schon bemerkenswert, dass man erwähnen muss, dass er dieses Date mit der Frau nicht gekauft hat. Das ist halt die Seltenheit. Da geht man normalerweise nicht von aus. Fräsche Frau, nicht? Für die Säte. Hätten Sie erwartet, dass sie ein bisschen Deutsch spricht? Ein bisschen schon, nicht? Ein bisschen. Dass man ein bisschen was nachschaut oder was, nicht? Ein paar Wörter wenigstens oder so. Aber trotzdem kommt es nicht so richtig rüber. Man hat eher das Gefühl, dass er gar keinen Bock auf die hat. Und dann sieht der Orzolitsch den Robert und die beiden kennen sich. Denn die waren auch schon mal zusammen auf einer Partnervermittlungsreise. Was, wie geht's dir? Alles leihand? Was ist mit dir? Bartel oder was? Ja sicher, der Robert hat einen schönen Schnäuzer. Das ist ganz klar. Und dem Orzolitsch fallen auch die ganzen Ringe und Ketten auf. Behängte und Schmuck. Nein, das hat einen bestimmten Grund. Ach so, was? Als Energetiker. Das verstehst du nicht. Da geht es um die Energie. Denn der Robert, wir wissen das ja mittlerweile schon, er ist ein ganz großer Energieheiler. Und dafür ist der Orzolitsch natürlich viel zu plump und viel zu dumm. Aber wenn wir schon mal da sind, Orzolitsch, hast du nicht Interesse an der Frau vom Robert? Wird die Dame auch was für sie? Ja, was ist so. Beste Frau. Und seien wir ganz ehrlich, das ist natürlich eine absolut wunderschöne Frau, darüber braucht man ja jetzt auch nicht groß reden. Aber der Orzolitsch hat trotzdem bemerkt, dass die Frau ein bisschen jung aussieht für den Robert. 21, die Situation für dich. Macht nichts. Was? Macht nichts. Macht nichts. Das gehört mir nicht. Der Letzte war 19. Ach so. Ich glaube, die Frau ist zu jung für ihn und Mädchen ist zu jung nicht. Ich meine, ich weiß nicht, mit Geld kann man alles regeln. Auch hier muss man wieder sagen, der Orzolitsch ist halt doch ein bisschen mehr in der Realität. Er ist zwar ein bisschen komisch und auch ein bisschen unsympathisch in vielen Fällen, aber trotzdem hat er immer noch einen Blick für die Realität. Der Altersunterschied. Der ist 56, sie ist 21. Ich meine, was soll das sein? Vater-Vater-Tochter-Beziehung? Das kann nicht sein. Das kann nicht lang gut gehen. Aber was der sagt, ist eh egal. Robert, lass dich davon gar nicht beirren. Erzähl mir lieber mal, ihr beiden, die 21-Jährige und du, seid ihr schon so richtig, heiratet ihr bald? Ich lasse meine Gefühle in freien Lauf. Das heißt, sie sind schon ein bisschen verliebt oder? Ja, Gefühle. Ich kann es nicht definieren. Gefühle. Und ich sage euch ehrlich, ich bin ja auch ein Mann. Ich weiß, wo der seine Gefühle hat. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er da eine richtig krasse Energie in diesem Bereich spürt, wenn er an die 21-Jährige Frau denkt. Aber gucken wir mal ganz kurz beim Orzolitsch nach. Der hat ja auch eine Date-Partnerin dabei und der würde auch gern ein bisschen rumknutschen. Aber so richtig gut läuft es da auch nicht. Das war ein relativ deutlicher Korb, aber man hat auch noch nie gesehen, dass der Orzolitsch sich so wirklich ehrlich für sie interessiert hat. Dementsprechend kann ich die Frau da auch verstehen, dass sie da keinen Bock drauf hat. Generell kommt der Orzolitsch auch ein bisschen aggressiv an diesem Arm drüber. Also nicht jetzt aggressiv böse, aber so ein bisschen, als hätte er sehr schlechte Laune. Und das war seine Weisheit des Tages. Einer Frau läuft man nicht hinterher. Wenn die dich nicht einfach sofort küssen will, dann brauchst du auch nicht weiter da rein investieren. Das ist dann vielleicht eine Aussage, die ist auch nicht so hundertprozentig an der Realität. Aber ist ja auch egal, denn der Robert und seine 21-Jährige Frau, dessen Namen ich vergessen habe, die sind ja auch da und da geht der Orzolitsch mal auf Angriffsmodus. Ein bisschen was Süßes für was Süßes. Und das ist jetzt wirklich lustig, weil ihr habt ja gesehen, der Robert, er hat sie gefüttert und er hat dabei über beide Ohren gegrinst, wie so ein kleiner Schuljunge. Und dann hat der Orzolitsch mal übernommen und während der Orzolitsch jetzt so ein bisschen mit ihr flirtet, müsst ihr mal auf das Gesicht vom Robert achten. Ich weiß nicht genau, ob er da mit dem Produzenten oder so gerade kommuniziert hat, so ey nimm ihn weg, ey was soll das hier. Aber der war schon ein bisschen angefressen und war dann danach draußen am Geldautomaten, wahrscheinlich um sein Ego wieder ein bisschen zu stärken und da war er auch noch ein bisschen schnippisch. Und man merkt schon, der ist richtig sauer und das ging auch noch mal weiter. Der Robert ist dann auf jeden Fall mit seiner 21-jährigen Frau weggegangen und der Orzolitsch, Orzolitsch, der hatte auch kein Date mehr, denn das Date vom Orzolitsch, das ist auch einfach irgendwann ohne was zu sagen gegangen. Wo ist Ihre Partnerin? Was weiß ich. Ich weiß nicht. Bist du verschwunden? Ohne was zum Sagen ist gegangen, glaube ich. Was soll man dazu sagen, das war auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher Abend. Wir sind zurück an einem neuen Tag, wieder bei Robert Nissel und auch wenn er immer noch seine 21-jährige Frau am Start hat, muss er natürlich auch andere Optionen auswägen, denn das Wichtigste sind ja die Gefühle und die Energie und da reicht eine Frau natürlich nicht. Und dafür macht er sich jetzt gerade fertig und im Gespräch geht es jetzt gerade darum, dass der Robert auf schlanke Frauen steht, was ja grundsätzlich in Ordnung ist, aber es ist ein bisschen lustig, wie er das begründet. Dafür muss er nicht so ganz schön sein. Ich habe ein paar Frauen gehabt, die im Gesicht vielleicht noch eine Schönheit waren, aber mir geht es um den Typ. Mir kommt es nicht so sehr auf die Schönheit an, sondern nur auf den Schlank. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn man einen bestimmten Typ hat, auf dem man steht, das darf sich auch ein Robert Nissel erlauben. Das ist ja gar kein Problem, aber dann zu sagen, ja, also ich nehme auch welche mit einem hässlichen Gesicht, Hauptsache schlank, das ist dann schon wieder irgendwie ein bisschen komisch, um ehrlich zu sein. Aber bei Robert läuft eh nicht so hundertprozentig gut. Der 57-jährige Robert Nissel hatte einmal über 90 Mitarbeiter in seiner Firma. In den letzten Jahren gingen aber die Aufträge seiner Firma zurück und Nissel musste bis auf fünf Mitarbeiter alle kündigen. Es scheint aber so, dass er immer noch genug Geld hat und auch genug Geld verdient. Ich hoffe natürlich für ihn, dass das auch so bleibt. Aber wir kommen jetzt erstmal zu seinem nächsten Date. Und tatsächlich, die ist auch gar nicht so jung. Die gebürtige Rumänin Daniela lebt seit zehn Jahren in Graz. Mit den Männern hatte sie wenig Glück. Seit fünf Jahren sucht sie nun einen Partner, der ihr ein Leben im Wohlstand bieten kann. Ich finde das auch ein bisschen komisch, dass man einen Mann sucht, der Wohlstand bieten kann. Also natürlich sollte das vielleicht Hand in Hand auch irgendwie gehen, dass man, wenn man in eine langfristige Beziehung geht, dann auch zusammen irgendwie diesen Anspruch hat, dass man natürlich ein gutes Leben haben möchte. Aber wenn das der Grund ist, warum man einen Menschen aussucht, auch ein bisschen komisch, oder? Sie weiß, warum viele Frauen aus dem ehemaligen Ostblock österreichische Männer suchen. Fürsorglich und anständig sind sie. Nur mehr Temperament würde sich die Rumänin von den heimischen Männern wünschen. Und hier finde ich auch wieder interessant, kommen wir wieder zu so einem Punkt, was wir auch letztens in einem anderen Video hatten, von wegen, es gibt diese Macho-Männer und man braucht nicht unbedingt einen Macho-Mann, aber man braucht schon einen Mann, der auch ein Mann ist. Und ein bisschen Mann sein, ein bisschen mit, 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 mit Charakter, mit, das muss man auch machen. Und das ist dann halt auch ein Problem, denn auf der einen Seite will sie einen österreichischen Mann, auf der anderen Seite hat sie halt auch das Problem, dass da ein bisschen was fehlt. Zum Leben zusammen, meine Erfahrungen sind, sind zu kalt, hat wenig Temperament und sind so geizig. Und da kommt der Energieheiler Robert natürlich genau richtig, denn wenn jemand männlich ist, dann ist es Robert. Robert, der Mann Nissel. Und während er gerade gesagt hat, dass er ja nur auf schlanke Frauen steht, weil das Äußere ihm am wichtigsten ist, also dass sie schlank ist, sagt er jetzt, dass natürlich die inneren Werte am wichtigsten sind. Ja, das widerspricht sich auch ein bisschen. Mir ist schon fast wichtiger, innen. Außen ist auch wichtig, aber man sucht halt beides. Aber ob es beides geben wird? Vielleicht. Wobei er hier ja auch ehrlich war. Er hat nämlich gesagt, dass es fast wichtiger ist. Und wichtiger ist dann doch für ihn, dass sie schlank ist. Denn wenn es beides nicht geben sollte, dann muss sie auf jeden Fall schlank sein. Dann kann sie auch einfach eine böse Frau sein, die dich abziehen will. Ist doch egal für den Robert. Hauptsache schlank. Und da merkt man auch schon, die Suche nach einer Frau für den Robert ist wahrscheinlich auch ein Problem, weil er ein Problem hat. Irgendwie. Wenn Robert Nissel erfahren hätte, dass die 37-jährige Daniela in Rumänien geboren ist, hätte er das Treffen abgesagt. Denn obwohl Nissels Mutter auch eine Rumänin war, lehnt der Unternehmer rumänische Frauen ab. Und das ist natürlich schon ein bisschen paranoid, weil natürlich er hat sehr viele negative Erfahrungen auch mit rumänischen Frauen gemacht. Man muss aber auch dazu sagen, dass er halt die ganze Zeit nur im Rotlichtmilieu und so unterwegs ist. Und ich glaube, da liegt es eventuell eher am Klientel und an der Gesamtsituation als an der Nationalität. Aber der Robert, ne, der will halt eine Frau, die auch gibt und nicht nur nimmt, was auch eigentlich keinen Sinn macht. Denn das Einzige, was er irgendwie bietet, ist, guck mal, ich hab Geld. Ja, ich denke, ihr habt das gerade selber gesehen. Er sah ein bisschen verrückt aus, während er das gesagt hat. Und ich sag euch auch ganz ehrlich, ich verstehe nicht, was er für einen moralischen Kompass hat und was ihm wichtig ist und was ihm nicht wichtig ist. Es macht vorn und hinten eigentlich gar keinen Sinn. Vor allen Dingen, weil er jetzt über seine österreichische Frau spricht, von der er sich getrennt hat. Und obwohl sie ja eine Österreicherin ist, wollte die natürlich auch nur Geld. Also eigentlich wollen ja alle Frauen immer nur Geld. Und im Endeffekt komme ich erst jetzt drauf, dass sie auch nur Geld wollte. So habe ich dann bei der Scheidung gesehen. Bei der Scheidung hat sie ihr wahres Gesicht gezeigt. Also jetzt ist die Österreicherin auch nur hinter seinem Geld her. Und ich bekomme langsam das Gefühl, dass das Problem, also gut, das ist was für ein Gefühl, das ist ja offensichtlich. Das Problem sind nicht die Frauen, das Problem ist Robert. Also im Endeffekt dann alle Frauen sind kompliziert und nur Geld möchte haben, ne? Nicht alle. Es gibt ganz wenige. Also bis jetzt, was hast du kennengelernt, so alle wollten nur Geld haben und keine Gefühle, das zu geben. Und natürlich, das klingt jetzt auch alles ein bisschen lustig, weil wir müssen uns ja im Hinterkopf behalten, die Frau, die da gerade sitzt, die sucht ja auch einen wohlhabenden Mann, weil sie eben einen wohlhabenden Mann möchte. Was aber ja natürlich nicht bedeutet, dass sie ihm nicht auch Liebe schenken kann. Aber wenn wirklich alle Frauen, die du so getroffen hast, Robert, alle immer nur dein Geld wollten, dann liegt der Fehler eventuell bei dir. Weil der Robert hat schon wirklich viele Frauen kennengelernt. Hunderte. Wirklich Hunderte. Und nicht eine einzige war darunter, die ein bisschen gute Absicht gehabt hätte. Und wenn das wirklich so ist, ja, dann bist du das Problem, Robert. Dann suchst du das Falsche an der falschen Stelle und dann solltest du dich eventuell mal hinterfragen, was dir wirklich wichtig im Leben ist. Ist auch alles ein bisschen komisch, das mit einer Frau auf dem Date zu besprechen, wenn ich die Frau wär, ich würd mir auch denken, Bruder, dann geh doch zu deinen hunderten Frauen und würd einfach gehen. Also hätt ich ja gar keinen Bock drauf. Aber das musst du wissen schon von Anfang. Da gibt's professionelle Abzocken. Wirkliche professionelle. Die heiraten. Die scheiden. Die Dingsbums. Das ist alles gespielt. Der Typ ist nur im Rotlichtmilieu unterwegs, geht nur zu Partnervermittlungen, die man für Geld kaufen muss, trifft sich nur mit viel jüngeren und viel hübscheren Frauen, die halt auf der Suche nach irgendwie einem Sugar Daddy sind oder so. Und dann wundert der sich darüber, dass die Frauen sein Geld wollen. Junge, dann such dir doch mal eine ganz normale Frau in deinem Alter, die immer noch hübsch ist, die du, mit der du eine schöne Zeit haben kannst, die dich liebt, dann such dir doch so eine Frau, aber die sind ja nicht hübsch genug. Für Geld machen Menschen wirklich alles. Alles. Und ich glaube gar nicht, dass die Frau so zu 100 Prozent recht hat, denn ich denke auch, so ein emotionaler Energieheiler wie Robert könnte eine Frau finden, aber das sind dann halt andere Frauen wie die 20-jährigen hübschen Blondinen oder die rumänische Frau, die einen wohlhabenden Mann sucht, der sie durchs Leben leitet. Aber apropos Energieheiler, jetzt kommt die Robert-Show, also lehnt euch zurück. Ich hoffe, ihr spürt es auch. Leute, fragt mich nicht, was der da tut, das ist absolut grotesk und ich bin wirklich auch ein bisschen baff und weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und dann fragt er die Frau auch noch, wie sie es fand. Momentan bin ich gleich. Okay. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich finde die Frau super sympathisch, weil die sagt auch einfach richtig gute Dinge und wie sie da einfach sagt, so ja, also ich bin gleich wie vorher auch. Natürlich kam diese Energie nicht an, weil der Robert natürlich einfach nur Schwachsinn redet. Aber wenn die Frau die Energie nicht gespürt hat, dann ist sie eh die Falsche. Sie ist sicher für einen normalen Menschen eine gute Frau, aber ich bin doch ein Energetiker und wenn sie nichts füllt, dann will sie es nicht füllen. Also der Robert ist wirklich ein sehr spezieller Fall, aber das ist halt auch alles komplett unsinnig, was er da von sich gibt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und damit ist das Date dann auch vorbei und ich brauche hier natürlich nicht die große Spannung erzeugen. Natürlich werden die sich nie wiedersehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde den Robert wirklich ein bisschen komisch. Also so hundertprozentig verstehe ich den Mann nicht. Und das war es dann mit der Folge. Meine. Und das war dann die. Und das war die heutige Folge. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Ich würde mich wirklich darüber freuen, wenn ihr die Kommentare voll haut und wenn ihr mir ein Dobe. Und das war die Folge für heute, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst mich auf jeden Fall eure Meinung in den Kommentaren wissen. Ich würde mich über ganz viele Kommentare freuen. Und lasst mir auch auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Das würde mich auch sehr freuen und sehr unterstützen. Und wir gucken uns natürlich noch an, was dann in der nächsten Folge passiert. Da trifft sich der Robert nämlich wieder mit der 21-jährigen Frau und er macht ihren Bart. Die 21-jährige Slowakin Lucia besucht den 57-jährigen Unternehmer Robert Nissel in Wien. Er kann sie zu einem Bart in seinem Whirlpool überreden. Und auch der Peter und der Orzolitsch sind auf einer neuen Reise, um neue Frauen kennenzulernen. Und der Orzolitsch, der ist auf jeden Fall bereit für alles. Ich bin für alles offen. Auch für ein Warnertsdance. Ich habe da keine Probleme damit. Und damit sind wir dann wirklich am Ende angekommen. Vielen lieben Dank für euren Support. Ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Macht es gut und habt einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.